hallo aus wald im kanton zürich wir kommen aus zürich und sind unterwegs in richtung st gallen fahren jetzt durch diesen ort hier durch rechts eine kirche genau 12 uhr mittags glocken schlagen 12 einige gasthäuser hier gasthaus baumgarten das scheint aber nicht mehr scheint nicht mehr zu geben gasthaus ochsen wir sind unterwegs auf der bundesstraße 15 rechts das rathaus heißt hier gemeindehaus sogar eine fußgängerzone gibt es hier am ort noch eine kirche vor uns heute frischer fischmarkt schöner kleiner ort hier da laufen sogar touristen oder eine schülergruppe was auch immer das habe ich zu spät gesehen diese fußgängerin kurkstraße hier 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 Spitzkehre So, wir sind durch, durch den Ort Wald und ich verabschiede mich.